Britische Geheimdienst meldet pro Woche 100 Verhandlungen wegen Fahnenflug. Die Dunkelziffer der Fahnenflüchtigen dürfte somit noch deutlich höher sein. Wird das auf Dauer ein Problem für Russland? Pro Woche 100 sind 5200 im Jahr, wenn ich nicht verzählt habe. Das ist nicht so dramatisch viel. Wenn sie angeblich 150.000 in einem halben Jahr rekrutieren, dann rechnen sie sich selber aus. 300.000 im Jahr und 5000 werden fahnenflüchtig oder erwischt. Das ist mehr als ein Prozent. Nicht toll, aber anderthalb Prozent Fahnenflüchtige kann ein Militär wahrscheinlich prinzipiell verkraften. Das Problem ist eher, dass nicht jeder, der demotiviert ist und keine Lust hat, flüchtet. Denn jeder Fahnenflüchtige ist ja nur ein Symptom. Es wird genügend geben, die denken, wenn diese Zahlen stimmen, mit der ausdrücklichen Einschränkung, dass falls diese Zahlen stimmen. Aber falls diese Zahlen stimmen und wir sagen wir mal mit rund 5000 Fahnenflüchtigen im Jahr es zu tun haben, dann sind das nicht die 5000, die keine Lust auf Krieg haben, sondern sprechen die für viel, viel mehr, die auch keine Lust haben und auch gerne abhauen würden, aber zu feige sind, weil sie Angst davor haben, bei der Flucht von Kameraden erschossen zu werden. Ich glaube, wir haben Videos diesbezüglich gesehen. Es wurde auch eins verbreitet, da war ich mir eigentlich nicht sicher, wie weit es nicht gestellt war und gefälscht war. Aber zumindest das Risiko besteht und es wird seit praktisch Kriegsbeginn gesagt, dass es angeblich Truppen dahinter gäbe, die Angst vor so etwas haben, die Angst davor haben, 20 Jahre hinter Gitter zu landen oder 10 Jahre wegen Fahnenflucht und dann als Schwerkrimineller eingestuft zu sein etc. Das ist natürlich ein Hinweis auf die Moral der russischen Seite. Aber das heißt nicht, dass ein Zusammenbruch zwingend erfolgen muss. Denn man kann die Maßnahmen auch so weit verschärfen, dass die Situation unter Kontrolle bleibt. Das Beispiel kennen wir aus der deutschen Geschichte. Die Wehrmacht, das Dritte Reich, hat mit Massenhinrichtungen begonnen, als bei vermeintlichen Fahnenflüchtigen und Tatsächlichen. Und hat damit lange Zeit verhindert, dass die Armeen kollabiert sind. Weil man sozusagen das Gefühl bekommen hat, wenn ich mich hier aus der Position hinausbegebe, bin ich sicher tot. An der Front bin ich nur möglicherweise tot oder wahrscheinlich. Und damit, da kann der Staat auch noch irgendwas machen. Aber es ist definitiv natürlich kein Zeichen der Stärke. Es ist sowohl ein Zeichen der Schwäche von der russischen Seite und natürlich auch ein Hinweis auf ihre Moral. Aber recht viel mehr kann ich dann auch noch nicht dazu sagen. Denn wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass sie laut den allgemein verbreiteten Zahlen wahrscheinlich 300.000 Mann im Jahr rekrutieren, 1,5 Prozent ist jetzt, wenn es wirklich nur 1,5 Prozent sind, ist es nicht so, dass das sie zahlenmäßig schwächen würde. Die Implikationen sind natürlich größer. Wir nehmen es einen Fallした, was wir hier sehen. Und dann schauen wir uns mal an. Und dann schauen wir uns mal an. Vielen Dank.